Und damit herzlich willkommen zurück zu The Hunter 2016 mit dem Randy Hallo und dem Climmy Auf der Karte von Red Feather Falls Ich weiß nicht ob du vorher getestet hast, ich hoffe nur dass dein Mikro das aufnimmt Naja, mein Gott Das kann immer, kann das kritisch werden, wenn ich wenigstens ein Widget aufnehme und dann das awesome aber auch Und da ich das bisher so noch nicht öfft genommen habe, kann da auch nichts passieren Ja, bei mir passiert ja öfter was, durch die neue Installation, da gibt es Dinge die du vorher nie dran gedacht hast, die du damals so nebenbei gemacht hast Denkst du jetzt meistens nicht dran So, jetzt ist noch das Problem, ich könnte den hier anlocken, ich meine wir sind ja hier auf einer relativen Erhöhung Aber, halt war da nicht das hier, ne es war ein Stehen für dieses Anlockt er doch Ich locken einfach mal Gehen wir hier drüben auf den Hang Yes Ach schön So, antworten du doch schon mal Jo Da hinten, Alter Schlimm Schmeich Ach, gesehen Und dort 42 Meter Ich bin mir nur noch 95 bis 175 390 bis 520 Kilo Ist also ein eher kleinerer Ich sehe das auch nicht Gut, du hast einen komplett anderen Blickwinkel aber Lassen dran gehen Ich gehe einfach mal für dich, dass du weißt zumindest Das ist ein Stück so groß, ne? Ja, dort, ok Ja, da wo es bei mir auch blinkt Das ist fast dasselbe Also ich habe direkt auf seine Vorderhufe gezielt Ach, dort, ja, da ist genau so ein Bombenformat und Linse Ja, also Kommt der, kommt der nicht Männlich 490 bis 650 Kilo Ne, da zieht gerade noch weg Nochmal rufen Nochmal rufen Ich habe sie heute irgendwie mit Escape Könnten von hier schon richtig geil wegschießen Das ist schön für dich Ja, du hast ja außerdem mal schon den getroffen Oh, so ist es jetzt also Kann ich ihn ja jetzt wegholen, oder? Weil bis da bei dir ist Oh, wir wollen halt weg Bei der Trauner, da stimmt irgendwas nicht Warum rennt der? Ach ne, jetzt liegt er Ich habe eigentlich genau auf Herz gezielt Hm Nett Kann sein, dass ich die Schwäscher gemacht habe Das könnte vielleicht möglich sein Oder die Hitboxen sind ein wenig anders da Hm Gut, wir haben sehr lange nicht gespielt, muss ich dazu sagen, ne? Hm, hm Das kommt ja noch dazu Sonst ist ja wirklich mehr Trauner Oder auf 200 Meter ein Bärenzack liegt Gut, da hole ich den mal fix Oder willst du ihn analysieren? Muss das egal Ich analysiere den mal Ich habe Markierung gesetzt Ja, ja, ich auch Aber woanders wie meine Na ja, bitte nur grob in die Richtung Also ein Elcher fällt ja nicht mehr auf Sollte Hm Aber du weißt doch bei deinen Augen Hm Hat man ja schon Ja, denn Ähm Ist ja so ein komischer Hügel, so ein Brauner Wie sonst kannst du den nicht übersehen? Ja, das stimmt Ja, das stimmt Das sind ein paar, ein paar Gräbel, du Wahnsinn The toughest Ja, da haben sie gesagt The toughest animal in game Ich würde ja gerne noch einen Pilz finden Aber irgendwie Junge Herz hast du doch getroffen Beim Ausdruck Ja Jedenfalls laut Spuren Junge Herz Ja Junge Herz Ja Habe ich nur Lunge getroffen Keinig nur Endlung Flügel War es ein bisschen zu weit oben War es ein bisschen zu weit oben Bolla Direkt drauf stehen eigentlich Jaja, aber der hat sich gerade einmal ein Pilz weggebeamt Neue Spur, Schwarzbär ziehen Ne, jetzt nicht mehr Das kann ich nicht analysieren Jetzt so Du hast linke Lunge, rüchte Lunge getroffen Da ist doch nicht gleich umgefallen Ne, Verletzungszeitraum 5,4 Sekunden Na gut, ist ja nicht so lang, ne 490,4 Kilo 100% erhalten Typ Elch Ja, wahrscheinlich haben sie wirklich das bisschen runter gedreht Hm Sehr schade Na gut, es gibt da jetzt auch so ein neues anderes Gewehr noch Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast Das ist recht kurz Das hat aber einen übelsten Hammer drauf Oh, was haben wir hier drüben? Ach, guck, hier haben wir doch was Schickes für den Rain Schönen wir das mal kurz Mhm So ein Weißwirtel hörst du mit Geweih Mhm So, ich logg gleich mal an Hab noch nicht gerufen, aber Gord'n Jetzt hat das Vibe ge- Jetzt hat das Vibe gerufen Jetzt hat das Vibe gerufen, ja Ja, da scheint noch ein Vibe noch näher zu sein, weil ich hab das Mendel schon gesehen Ich komm so rechts schräg hoch Ne, wir gehen runter, noch ein bisschen Also Dann lege ich mich auch mal an, ne dann halt nicht Hat er relativ großes bei gehabt Wird den anderen Ruf nehmen sollen, oder? Ach, Mist Was und Das hier ist, da steht das Vibe, das sehe ich schon mal Wo ist das Mendel hin? Hat er den Hügel gedreht? Noch mal mit Büchse Nein, das war nicht dein Teddybär Da ist er Unten 151 Meter steht er zwischen den Bäumen Kommt auf jeden Fall Ich würde sagen, damit wir dem Vibe nicht begegnen, ziehen wir komplett nach links auf die kleine Insel Das Vibe hier in unsere Richtung Und der Kerl müsste direkt an uns vorbeistreifen Weil wir wollen ja den Kerl, wenn ich das Vibe Ist richtig Gut, wir könnten jetzt auch beides schießen Also willst du lautlos machen wieder? Ja, ja, in der Eröffnung, das war nicht 30 Meter Rente Ah, okay Dann stelle ich vielleicht auch auf lautlos, dann nehme ich mir vielleicht das Also das Problem ist mit dieser Alten, mit dieser Nostler Glaube ich nicht, dass ich da drauf schießen darf Ja, müsste man halt rausfinden, ne? Äh, habe ich jetzt keine Lust dazu Also du hast die, wieso denn Nostler, also du hast die K98, ne? Naja, K98 IS irgendwas Du musst eigentlich aber zugelassen sein dafür Naja, ich weiß wie laut die ist Die ist echt laut, das stimmt Wo ist denn K98, ja War, Weißwesel ist typisch und untypisch, darfst du beides schießen Kann eigentlich sehr, sehr viel, muss man dazu sagen Ich sitze zu den großen Dingern So, ich laute erst mal hier was nach Ich brauche ein bisschen, bis das Vieh jetzt kommt Hast du es noch ein Blick? Ne Aber gesehen hast du es schon Markiert hatte ich es, bevor Nöde ist gegangen Mende oder das Weißwesel? Das ist Mende Das war da jedenfalls vorne an diesen kümlichen Hügel, da Ja Ah, jetzt kriegen wir noch Wetter Da ist das Weibel 62 Meter, ne 43 Meter Ich sag ja, ich lufe ja nicht in die Reihe, oder? Ne, ne Ja, und hier ist dieses Mende Direkt vor uns 40 Meter Ach ja, hm, hm Naja, warte mal Ich bin aber jetzt Bis 100 km Und guter Score 30 Meter Warte, ich muss den einen bluten ankommen lassen Sehe ich jetzt die Unterseite von denen schon? Naja, das wäre doch Ja, spannend Schön Okay Ja, das wurde es Ääääh Ich bin glück, die waren schon relativ nah dran Ich kann auch nicht schießen, ich habe bloß den Holz von denen gesehen So, von nem Gras Ja nee, der ist ja hier, wo ich jetzt bin, da ist so ein scheiß Berg und da standet der nur inzwischen Achso Wir hätten vielleicht ein bisschen weiter nach links trifft Ich war nur schon weiter links wie du Ja, nee, vielleicht noch ein bisschen weiter, wisst ihr, dass wir direkt von der Seite kamen Es kann doch wohl sein, dass der Wind ein bisschen scheiße stand Äh, bis die sich jetzt wieder berühre ich in der Sohsdamm Ja Zumal hab ich nirgends wirklich nicht gesehen, wo die jetzt hier gerannt sind Sind hier, äh, den Berg dann auf Echt so was? Ja, über den Baum, zack, über den Berg Kann man mich mal schwarz beherziehend Ja, hatte ich auch Hat hier zu jemal geschissen Ja, immer klein Ja, ja, es ist ein bisschen wach, ne Ist ne öffentliche Toilette Ja, also wenigstens ins Wasser, da wärs ja mit weggeschwommen, aber Naja, das war halt bissl fail, ne Aber Wir haben zumindest nicht laut gemacht, also selbst wenn andere Tiere jetzt noch in der Nähe sind Kein Problem Kein Problem Man kann aber ja trotzdem mal Ja Willst du nehmen? Hm Mal ein bisschen antworten Irgendwas hat geantwortet Weil das Weib Schwarzwälder ist männlich da vorne Ja Ja, das ist er doch dann wieder, oder? Ich würde mich halt so wundern, wenn er sich so schnell beruhigt Ich weiß nicht, wer von beiden uns gesehen hat Der eine ist ja losgerannt, dass da noch oben Ja, hier Aber schlimm nicht, dass der das ist Der zwei hohen Geweih, aber Ja Haben die Männlichen so an sich Ja, ja, ja Ich mach mal Irgendwas hat noch vorne Score Wie geht das Ding? Ja, nehmen Ne, der ist ein bisschen leichter, aber hat denselben Score Ja Der zieht nur weg und durch den dünn sich, ein kleines Schmerl Dann schießen er Oh, hier vorne Bär Wo? Da 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 da, warte, ich markiere Markiert Der muss ja gleich bei uns sein Ja Ja Latsche vorne im Fluss rum Hä? Du warst das Schwarzbär weiblich 40 bis 140 Kilo Scheint die Fellvariante Schokolade zu sein Ja, kannst du nie die all wegholen Wenn ich noch schnell sehen würde Dann wieder ein bisschen weitergezogen Ich markiere erneut Und Da In die Richtung da hinten Jetzt wieder zum Fluss runter Also da dreht sich grad Wenn du dich hier hinlegst Kannst du genau erwischen Ja Gibt's da Dunst Dunst Bäume Jetzt im Fluss Dunst Bäume Nein Hirsch Hirsch Ne Ach, da ist noch ein weiblicher Hirsch Ja, jetzt hin Auch da hinten Von hier weg Von hier weg Also uns Ne, kommt wieder zum Fluss zurück Ja Den sollten wir wahrscheinlich Also wenn wir näher rangehen Denke ich mal Werden wir den wahrscheinlich nicht kriegen Ja, moderier aus dem Ab Wir machen uns mal spannend für die nächste Folge Ok, dann seid gespannt Gibt's den Bären Wird er uns zerreißen oder wie ihn Wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss 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 Die Alles D